Miranda Kerr Und obwohl Miranda sagt, dass sie nichts mit Biber hatte, sagen manche, dass Orlando und Justine wegen ihr streiten. Also, was für ein perfektes Timing für Miranda, um zu zeigen, wie gut sie aussieht, mit diesem neuen Kampagnenfoto für 7 for All Mankind. Vorteilhaft geplant. Oder was denkst du?